und willkommen zurück zu left4dead mit rob124 und doomgamer97 so wir haben alles eingesammelt also ich habe jetzt ein healthpack wieder ich habe keine pfeil snacks können wir nicht nehmen anscheinend drinks auch nicht aber egal bist du bereit ja bin ich gut dann öffne ich das geht jetzt jetzt geht's los okay wir sind hier jetzt in das krankenhaus gegangen anscheinend fliegen aber richtig wer fliegt wer fliegt ja wenn du die mit schrot abschießt ach so ja klar hast du noch nie probiert ist richtig geil damit das ist ja mehrere das ist eben das geile nahkampf ist nicht schlecht natürlich trifft man in der Ferne nicht so viele Zombies alter Igitt die hier teilweise angezogen sind die diesen was war das denn wo hast du drauf geschossen hast du ne pipe geworfen nein ich hab nicht meine gehabt keine Ahnung wusste ich auch nicht was das war okay ich höre gerade einen Boomer kommen wir setzen uns mal kurz hier hin das tut gut ich hab das gefühl als wenn der hier irgendwo gleich von oben runter kommt ja 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 da hast du recht oh ich sehe die nächste etage da müssen wir irgendwie nach oben ja wahrscheinlich 109 hier die Tür ne Quatsch ja hier muss irgendwo ein Treppenaufzug sein mal sehen ah ich hab einen gefunden ja Exit hier geht's lang Tatsache ich glaub hier ist auch eine was ist das hier ja stimmt wer so stelle da wo man gegeneinander spielt die kenne ich noch oh Hunter 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 wo äh unter dem Boden jetzt so okay wir sind in der Cafeteria anscheinend gerade boah alter Achtung gekommen Rumpa Richtiges incoming ist es nicht Okay jetzt ist es incoming würde ich schon sagen Stirb So hier geht's lang Da oben kann man auch noch lang Ja warte mal kurz aber erstmal untersuchen vielleicht ist ja irgendwo ne pipe Das wäre geil Hey Dummen komm mal her Nein war ein Scherz So komm dann gehen wir jetzt in die andere Richtung Hier geht's nämlich nicht weiter Ey, hier gibt es Comics. Hier drauf, irgendeine Brühe auf dem Mond. Ich würde sagen, das ist Wasser. Warte, hier. Hier könnten auch noch Pipes oder so rumliegen. Wir müssen alles untersuchen, nicht einfach durchrennen. Aber hier ist nichts. Schade. Hier kann man aufs Klo gehen. Ja. Warte, ich dusche mich mal kurz. Ach, das tut gut. So schön sauberes Wasser, ne? Mhm. Gar nicht irgendwie verseucht. Nicht, dass wir eben mit Softies wären. Boah, was war das denn für ein Jump? Lol. Was für ein Fail? Boah, die sagen erst, die sind solche Spätsünder. Die sagen, Hunter, wenn der schon lange weg ist. Ja, da hast du recht. Und so, ihr habt ihn umgebracht. Da oben ist ein Boomer. Ich sehe den Schatten. Komischerweise durch die Decke ragen. Und da kommt er. Und er ist tot. So. Incoming von vorne. Geht's hier weiter? Von hinten, von hinten. Hi. Oh ja, da. Kommt wieder eine ganze Menge. Okay, wie sollt man... Na, Smoker. Gerade, wo ich nachlade. Nach unten geht's nicht, ne? Ne, ne, ne. Gut, dann sollen wir jetzt nach oben weitergehen anscheinend. Was passiert, wenn ich da... Gegenschieße? Boah. Dann tritt Gas aus. Wer weiß. Und Sui, der, äh... Sui bekommt Husten. Sucht den Aufzug. Hier ist Molly. Ja. Aber nur einer. Einen. Ah, leider. Äh, hier ist ein Hunter. Verdammt. Achtung. Ich glaub, hinter dieser Tür... Oha! Oha, Alter. Das ist immer der Schreckensmoment, ne? Wenn auf einmal der auf dich zu gerannt kommt und dann... Ja, er war... In der Tür irgendwie festgepackt. Da ist noch ein Hunter. Was ist denn hier? Ne, das ist kein Hunter. Ich glaub, ich hab den Aufzug gefunden. Welchen Aufzug? Gibt's hier einen Aufzug? Wow. Ja, da sollen wir doch runter. Man, man, man. So, warte. Naja, Sui, mach das mal. Ich bin zu faul. Tank. 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 Scheiße, scheiße, scheiße. Wo ist die Bitch? Stört. Nein! Er kommt direkt zu mir, ey. Das war's. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Schnell bringen ihn um. Dominik. Hau rauf! Verdammt, Scheiße. Naja, jetzt kann ich mal sehen, wie es aussieht, wenn einer tot ist. Verdammt. Bring ihn um. Der ist so gut wie tot. Ich hab da tausendmal draufgeballert. Nein, du liegst auch? Ich bin auch down. Der Tank ist tot, ne? Ja, ich werd wiederbelebt. Dann ist ja gut. So, ich guck jetzt direkt durch deine Perspektive hier. Ich seh grad, wie links, wenn du jetzt mal nach links guckst, an der Wand da Blut klebt. Nimm ruhig meinen Healthpacks. Ich glaub, ich hatte sogar noch einen. Geh nochmal rein und guck, ob da noch eins liegt. Liegt deine... Military Gun. Ne Molly. Warum nimmt er das nicht auf? So, ah, der geht doch. Kein Healthpack, okay. Gut, dann geh weiter. Achtung, Boomer. Waffe. Jetzt hab ich auch zwei. Boomer, Boomer, Boomer. Rechts ist, glaub ich, ein Boomer von dir. Ach, da bin ich. Warum häng ich da so komisch? Ja! Bis wieder unter uns. Ich bin wieder unter euch. Allerdings... Boah, ich hab sie umgebracht mit der Henkern. War ein sauberer Schuss. Ich glaub, hier hinten müssen wir weiter durchlaufen. Ja, ich brauch jetzt aber irgendwie Heilung, ey. Ich hab nur noch 50 Leben. Und Smoker von rechts. Ich hab Tablette. Du hast Tablette? Warte. Danke. Gebe ich dir irgendwann mal wieder zurück. Ah, holen sie den Aufzug. Am besten auch nicht aktivieren. Wir gucken uns noch mal ein bisschen um. Vielleicht... Ah, siehste, siehste, siehste. Molly. Vielleicht liegt hier auch irgendwo eine Pipe. Die könnte man nämlich aufbauen. Molly hab ich. Ja, ja, ja. Das ist nicht das Problem, Molly. Mich auch. Aber... Ja, vielleicht würde ja hier eine Pipe liegen. Aber es liegt keine Pipe. Wollen wir aktivieren? Ja, klar. Soll ich? Achso, jetzt hab ich schon. Können wir. Ich... Ich... Ich nehm mal... Mach noch nicht. Mach noch nicht. Warte erst. Doch, ich mach's. Wow! Nein! Nicht... Nicht töten, ne? Verdammt. Oh, das war ich jetzt. Sorry. Ich werd grad hier von allen Seiten angegriffen. Ja, zieh dich zurück. Hier. Geh da rein kurz, bis du wieder normal bist. Boah! Den hat man gar nicht gesehen durch den Rauch. Okay. Die kommen jetzt von da, von da, von da. Sie kommen. Smoker, Smoker. Was ist los mit der? Alter, lad doch mal auf hier. Wow! Ach, ich hab hier diese ganz normale Shotgun. Ist ja scheiße. Hab ich die ganze Zeit anscheinend. Oh, nee. Das ist wie's blöd. Alter, was ist los hier? Hunter. Das ist das doofe. Was? Hunter? So, ich heim mich mal kurz. Achtung, wir fallen Zoe mal schnell. Ich heim grad Bill hoch. Na gut, dann helf ich der. So. Alter, ich hab... Ich hab so... Ja, warte mal kurz. Geh schon mal rein. So ein Kack, dass ich so eine Kack-Waffe hab hier. Boah, mein Leben ist das echt im Arsch. Komm, Zoe. Warte, ich hole mir noch im Monim. Och, scheiße, sorry. Tut mir leid. Kannst du es mir verzweifeln? Kannst du es mir verzweifeln? Das soll ein Zombie-Apokalypse sein. Gegen die Ereignisse von 97.57 ist er so nichts. War nur ein Scherz. Das war kein guter Scherz. Ja, wirklich. Oh. Hab grad ne Nachricht bekommen. Ich hab das Gefühl, als wenn hier oben gleich was rauskommen könnte. Hm, ich glaub, die Zombies... Die trauen sich nicht. Die haben Angst vor uns. Guck dir Bilder an. Guck dir jetzt mal Bilder an. Ich glaube nicht, dass die, ähm, ne? Boah, der sieht völlig verängstigt aus. Oh, wir sind da. So. Ja, ne? Wir sind jetzt auf dem Dach. Hey, komm, ich bringe mich selbst. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich will kein Zombie werden. Na, nein! Boah, Alter, ich wäre fast gefallen. Ich wollte nur so andeuten, da wäre ich wirklich fast gefallen. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Wo denn? Äh, wir sind gestorben. Ach, wegen deinem Leben? Hat es nur noch so wenig, oder wie? Ja, nur noch sechs Stück. So, ich renne schon mal vor, um mögliche Zombies abzuhalten. Und ich mit meiner Gammelwaffe hier... Da vorne, safe house. Da geht's hin. Safe room, meine ich. Wie? Und mich will keiner verarzten hier? So, ich warte mal hier. Wo ist das safe room? Da vorne wird er angezeigt. Allerdings heißt es nicht unbedingt, dass er gleich auch in der Nähe ist. Und das glaube ich, Witsch, 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 Witsch. Witsch, Witsch. Alter, komm mal hierhin, Junge. Ja, ich bin gerade unterwegs. Ich suche mir. Komm mal kurz, ich will die umbringen. Oder willst du sie... Hunter! Scheiße, komm doch zurück. Achtung, Hunter. Achtung, da ist... Boah, wo kommen die denn her? Was, ich hab die Witsch auch noch? Was ist denn los? Ich hab die Witsch aufgeschreckt. Wie das denn? Na, stört voll in die Moschee, Alter. Boah, wir sind alle tot. Nein, komm, das schaffst du. Komm, 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 komm. Bring sie um, wo bist du denn? Hier, komm. Heil einen von uns. Alter, Junge. Das war wirklich knapp. Alter, wenn jetzt ein Hunter kommt... Dann wären wir im Arsch. Oh, incoming. Nee, doch nicht. Hier, helfen wir uns. Achtung, das ist ein Smoker. Warte, ich bringe ihn mal um. Ach, diese Kackwaffe. Ich hasse die. Boah, guck dir unser Leben an. Ja. Ich mein, ich hab nur noch 1%. Scheiße. Bist du grau? Dann geht's noch. Das heißt, wir können dich danach nochmal wiederbeleben. Ansonsten wärst du weg vom Fenster. Ja, oder wie meinst du, bin ich grau? Dein ganzer Bildschirm grau. Nee. Oh, ich werd geheilt, das ist nett. Was? Du wirst ge... Oh, Bill, ey. Das ist ja unfair. Hier geht's zum Dach! Ja, hast du schon gefunden, wo's weitergeht? Ja, hier. Hier geht's zum Dach, sagt der ja. Ja, ich glaub, da müsste dann noch der Safe Room sein. Nee, hier geht's auch nicht lang. Nein? Hier geht's wahrscheinlich weiter. Oh, ich höre. Hunter. Boomer, Hunter, was ist hier los? Was geht los hier rein? Was? Hat er überlebt? Zwei Schrusten? Ja, einen dritten überlebt er auch noch. Ey, ich glaub's nicht. Gut, ich hab jetzt auch nur noch 5 Leben. Wir sollten... Oder ich sollte vorsichtiger jetzt. Angehen hier. An die Sache. Safe. Room. Hast du einen gefunden? Äh, der ist direkt ein... Ach, wo bist du, äh? Da hinten bist du... Hä? Warum ein bisschen da vorne? Hier, komm. Smoker, Smoker, Smoker. Wow, wow, wow. Ich bin jetzt... Ich geh schon mal rein, weil sonst mich tot. Zoe ist tot. Was? Wie das denn? So, noch nicht die... Wow, 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 wow. Nicht so. Was denn? Okay, es war jetzt nicht so schlau, dass ich hier rausgelaufen bin. Was, bist du noch gestorben? Ach, kurz vor kurz vor. Warum schießt du mich an? So. Schließen oder erst noch? Nö, schließ ruhig. Ah, hier liegen Pipe rum. Ist ja geil. Warte, den Boomer tötte ich nochmal schnell. Oh, nein. Okay, jetzt schieß, schieß, schieß. Schließ. So, geht doch. Boah, das war knapp. Ja. So, 146 habe ich umgebaut. Oh, geht doch. Allgemeine Abwehr. Alter, Tank schlechter, was? Eigentlich habe ich ihm nicht so viel abgezogen. Mit der Handkannung ist das so viel. Ich eigentlich auch nicht. Ich lag am Boden, war ja tot, ne? Komisch, dass ich am meisten abgezogen habe. Wie gesagt, hier ist eine Pipebomb, hier ist ein Molli und hier ist noch ein Kaffee für dich. Und ein Halfpack ist noch übrig. Ein Halfpack, das brauche ich dringend. Und eine Pipe brauche ich. Äh, lol, Bill. Hä, halt dich. Ich wollte gerade sagen, hä, was fällt ihm ein? Sonst hätte ich dir das gegeben. So, hier ist noch eine... Hast du Peipe aufgenommen? Was Peipe hier habe ich? Gut. Die anderen nehmen ja eh nichts auf. Kein Molli oder so. Das finde ich irgendwie komisch. Aber naja, okay. Wäre besser, wenn, aber egal. Hier ist eine Struktur des Bauplans anscheinend. So, ja, dann beenden wir mal diesen Part wieder. Okay. No zombie is safe from Chicago, Dad. Jo, und dann sehen wir uns im nächsten Part. Hier bei... Ja. Ja. Hier bei That Was It. Ciao. Ciao.